Das ist das hübsche Zuhause von Verena. Sie bekommt Besuch vom hübschen IKEA-Einrichtungsteam. Das ist Verenas Schlafzimmer. Zum Einschlafen. Wie gut, dass Miriam ein paar Ideen mitgebracht hat. Eine Kommode soll mehr Stauraum und etwas Dekoration, mehr Gemütlichkeit im Schlafzimmer schaffen. Verena findet das super. Entschuldigung, Jungs, ihr müsst kurz ausziehen. Tschüss, Körbelsalat. Da alle mit anpacken, ist die neue Kommode ruckzuck aufgebaut. Und was wird das? Klappe zu. Schritt für Schritt. Für Schritt für Schritt. Wird das richtig gemütlich bei Verena. Noch schöne Bettwäsche und schon ist ein wunderschöner Raum entstanden. Vorher. Und wow. Da ist sogar Verenas Hund Anna wieder wach. Tschüss, ihr beiden. Untertitelung. Tschüss.